Er erfüllt sich in jedem Moment. Ich wünsche Ihnen einen Unterhalts- und vor allem einen lehrreichen Kaffee. Mein Name ist Theo Reimann. Sie haben es sicher schon von mir gehört. Ich sage auch, wie es sich heisst. Zwar Theo Reimann. Aber ich mache jedenfalls nicht nur Theo Reimann. Er ist quasi die Wiederholung für den König. Er hat sich dann vom Hof alles erzählen. Also, vorspielen lassen. Bist du? Oh, oh! Bist du? 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 Ich bin nicht schnell heisst, ich muss nicht schnell loswerden. Einmal war ich wieder unterwegs. Rene, Rötsi und Rötsi sind an einem Disco vorbeikommen. Dann sind wir tanzen. Rene, Rötsi und Rötsi sind tanzen und ich bin auch gekommen. Also ich habe einen Szenalko bestellt. Es war ein totaler lässiger Abend. Und es ist nur eine von vielen... ...vieles Tolles. Großen und Rötsi Geräusche Vorher hatte ich einen Verzeihung, wie man hinter dem Gemeinshaus mit dem selber gebauten Sprengsatz... Oder... Ach nein, das mit der Disco-Lieferzeit, das mit dem Senato! Ah ja, genau. Das war auch echt krass. I want to return! Fritzendlich habe ich dem anderen auch die Frau Raudeniges gebrochen. Sie kamen gerade von der Wäschküche herauf und haben sie ganz zufällig durch den Türspion gesehen aufgelaufen. Das ist so fällig, ja. Sie hat mir nicht gesagt, dass das Hobby von Ihrem Tanzen ist. Also Salz an nehme ich an. Ich habe mich an. Das ist so fällig, dass es so fällig ist. Das ist so fällig. 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 Das ist so fällig.